Also mein Name ist Reinhard Schmidt und ich wollte auch noch was zur Ukraine loswerden. Es ist ja so, dass in der Ukraine 2014 ein Umsturz war. Im Parlament sind dann mit weniger Stimmen, wie laut Verfassung notwendig war, eine neue Regierung, eine Übergangsregierung bestimmt worden. Die meisten Länder in der Ukraine, die haben sich dem angeschlossen, Luanz aber Donetsk nicht. Die waren damit nicht einverstanden, dass die Verfassung in der Ukraine gebrochen wird. Die Krim hat sich als Militärstützpunkt der Sowjetunion von Russland auch nicht angeschlossen. Und dort gab es auch keine Unruhen, weil da Militärwahn war. Ja, jetzt haben die Bürger dort abgestimmt und haben abgestimmt, dass sie mit Territorium zu Russland wechseln wollen. Das widersprach der ukrainischen Verfassung, aber wenn man richtig guckt, liegt dem Völkerrecht. Demnach kann man Russland gar nicht anlasten, dass die Krim völkerrechtlich annektiert wurde. Danke. Ja, nochmal Andreas Mattis. Im vorletzten Redebeitrag hat Michael Köllisch darauf hingewiesen, dass die NATO-Staaten mit über 900 Milliarden mehr als oder fast das Zehnfache an Rüstungsausgaben haben als Russland. Ich habe heute Morgen in der Zeitung einen Artikel gefunden, der das Ganze noch ein bisschen toppt. Und zwar hat der NATO-Generalsekretär zugegeben, dass in den letzten vier Jahren die Bündnispartner der USA mehr Ausgaben, reale Mehrausgaben von 84 Milliarden Dollar geleistet haben. Das heißt, sie haben 84 Milliarden Dollar für Rüstung zusätzlich zu dem, was sie vorher ausgegeben haben, ausgegeben. Und das heißt, das ist deutlich mehr als die 66 Milliarden, die die russische Föderation für das Militär ausgibt. Im selben Artikel hat übrigens der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Johannes Wadepuhl verkündet, dass die Unionsfraktion jetzt dafür ist, dass man bis 2021 die deutschen Rüstungsausgaben bis auf einen Satz von 1,5 Prozent steigert. Das wären ungefähr 10 Milliarden mehr als jetzt und zwar jedes Jahr. Das heißt, man fasst ins Auge die Rüstungsausgaben in Deutschland, obwohl es keinen Grund dazu gibt, immer weiter auszudehnen. Die SPD zögert noch ein bisschen, aber die SPD-Verteidigungsexperten, ich nenne mal die Namen, weil viele die gar nicht kennen, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Fritz Felgentreu, sagt, aus fachlicher Sicht sei das gerechtfertigt. Und sein Kollege, der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, unterstützt diese Haltung. Es wird jetzt also ganz spannend zu sehen, ob die SPD letzten Endes mitzieht. Andrea Nahles hat im Bundestag eigentlich das ausgeschlossen oder nicht. Auf jeden Fall sieht man, dass insgesamt wichtige Kräfte in der Bundesrepublik für schrankenlose Aufrüstung sind, obwohl Deutschland dann übrigens alleine nah an die Rüstungsausgaben der russischen Söderationen käme. Danke. Es geht mir jetzt um Österreich. Und zwar das Parlament, die Grünen haben angefragt, warum und wie viel Truppenbewegungen über österreichisches Territorium gelaufen sind. Dabei kam raus, dass 1.310 Transporte von Militärpersonal und Schwärmgerät sich über österreichisches Territorium bewegt haben. Insgesamt zum Manöver hatten die NATO-Staaten 3.200 Transporter abgewickelt und das obwohl Österreich neutral ist. Und es ist auch so, dass diese Transporte nicht wieder zurückverlegt wurden. Es wird uns nochmal erzählt, da wird mit dem Militärpersonal rotiert, aber im Grunde genommen wird materiell ausgerüstet. Und mit diesem neuen Manöver, Saberstreik, wird geübt, dass Kaliningrad im Grunde genommen abgeschnitten, abgesäbelt und eingenommen werden soll. Dazu sind zwei Landarmeen und eine maritime Armee jetzt im Moment im Einsatz. Danke. Dass in Deutschland das Völkerrecht ständig bricht. Wir haben im Jugoslawischen Krieg das Völkerrecht gebrochen. Wir brechen es im Moment mit Syrien. Und wir lassen zu, dass die Amerikaner von deutschem Boden aus Völkerrecht brechen, indem sie mit den Drohnen morden. Also von daher ist das eine Riesenschwanerei. Und von daher ist das völlig überzogen, wenn wir jetzt sagen, wir sind besser als die Russen. Wir sind nicht besser als die Russen, wir sind eher schlechter als die Russen. Also wir sind natürlich mächtiger. Also wir sind, beziehungsweise wir sind mit unserem großen Bruder mächtiger als die Russen. Und deswegen können wir uns mehr rausnehmen. Die Russen können sich nicht so viel rausnehmen. Aber es ist jedenfalls mit moralischen Kategorien, ist das nicht zu beurteilen. Deswegen, gut, da müsste man halt, wir brauchen eben eine Politik wieder von Willy Brandt. Der Willy Brandt hatte seinerzeit gesagt, gemeinsame Sicherheit. Man muss immer die Sicherheit des Gegners auch mit einkalkulieren. Man muss auch an die denken und den fragen, was er denn für seine Sicherheit braucht. Und dann wird dem schon einiges einfallen dazu. Und wir haben ja deswegen die Organisation für Sicherheit und OSZE in Europa, die genau das machte. Die war ja ein Ergebnis langer Verhandlungen. Das waren die ganzen europäischen Staaten, haben verhandelt und haben sich auf diesen Text geeinigt. Und dieser Text ist natürlich weiterentwicklungsfähig. Da haben sie eben gesagt zum Beispiel, dass nicht irgendwo eine Zentralmacht entscheidet. Sondern jeder Staat entscheidet selber, aber er wird von den übrigen sozusagen beraten und beeinflusst. Und das ist eben die Geschichte, wie menschliche Psyche funktioniert. Man darf das nicht mit Gewalt machen, man muss es einfach mit freundlicher Überredung machen. Das ist halt etwas deutlich anderes als Gewalt. Und deswegen, gut, okay, das ist also die Methode, die ich empfehlen würde. Ja, vielleicht nochmal, oder jetzt seid ihr schon gut. Du darfst auch nochmal was sagen, das ist nett. Und mal schauen, ob noch jemand anderes sich dazu meldet. Ja, ich bin immer noch Michael Köllisch. Hallo. Ich möchte nochmal in die gleiche Kerbe hauen. Es ist ja so, dass im letzten Weltkrieg 27 Millionen Russen durch den Krieg durch uns umgekommen sind. Und deshalb tut es mir sehr leid und es beschämt mich außerordentlich, dass wir jetzt wieder an einem aggressiven Szenario gegen Russland mitarbeiten. Die NATO hat sich trotz gegenteiligen Versprechens, kein Inch, sagte Außenminister Baker, der amerikanische Außenminister, kein Inch weiter wollte die NATO sich nach Osten ausdehnen. Und inzwischen stehen die NATO-Staaten direkt an der russischen Grenze. Eine Vielzahl von Staaten wurden in die NATO aufgenommen und wir stehen jetzt unmittelbar bevor, einen Krieg gegen Russland zu eröffnen. Die Manöver, die jetzt abgehalten werden sollen, zielen direkt auf die Eroberung russischen Territoriums ab. Und da sollen wir Deutschen beim Mitmachen, das ist doch nicht in Ordnung. Hinterher würden wir wieder sagen, ach, das war so alles so schlimm, aber das konnten wir nicht wissen. Ich selbst habe nicht mitgemacht. Aber jetzt gilt es, diesem Treiben Einhalt zu gebieten und dagegen aufzustehen. Man hat das Gefühl, dass die Mehrzahl der Bevölkerung durch die Politik überhaupt nicht vertreten wird. Die Mehrzahl ist nämlich dafür, in Frieden mit unseren Nachbarn zu leben, was immer wieder repräsentative Umfragen bestätigen. Und, ähm, Moment, bestätigen. Na, das war es erstmal, was ich im Wesentlichen sagen wollte. Vielen Dank. Ja, wir sind ja eine christliche Wertegemeinschaft. Und wir sind eine christliche Wertegemeinschaft hier und wir beten das Vaterunser. Ja, trotzdem lebst du ja in diesem Land und unsere Grundsätze. Ja, und unser tägliches Brot gibt uns heute, heißt es dort. Wer ist denn jetzt mit unserer gemeint? Das ist jetzt die große Frage, die man sich mal stellen kann. Also, äh, es war hungern ja, also es hungern ja etwa eine Milliarde Menschen auf der Erde. Also, alle Menschen können damit nicht gemeint sein, äh, mit unser tägliches Brot. Sondern das sind ja, äh, ausgewählte Gruppen. Dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel die Nahrungsmittellieferung nach Russland eingestellt haben, scheinen wir die Russen also auch nicht, äh, in diesem Spruch mit aufnehmen zu wollen. Äh, unser tägliches Brot gibt uns heute. Und, äh, damit reduziert sich das dann immer weiter, ne? Ja, und dann, äh, kann das irgendwann so weit kommen, dass, äh, zum Beispiel, wie es, äh, zu früheren Zeiten war, wo sich Deutschland und Frankreich bekriegt haben, wo man also dem Feind dann auch letztendlich das Verhungern gewünscht hat. Es gab ja auch Seeblockaden, äh, und so weiter. Äh, äh, ja, da muss man auch mal drüber nachdenken, was hier so abgeht. Und es reichen von diesen riesigen Rüstungsausgaben, die wir haben, die die Vorräten auch erwähnt haben, reichen, äh, 23 Milliarden aus, um alle Menschen, äh, also den Höher aller Menschen zu stillen und allen Kindern, äh, eine Schulbedingung zu ermöglichen, weltweit. Ja, 23 Milliarden jährlich wären dazu nötig, ne? Und wir erhöhen unseren Rüstungsetat alleine um 30 Milliarden. Denkt mal darüber nach, ja? Das war jetzt die Idee von mir. Ich wollte noch mal was zu, äh, Skripal sagen, zu dem Fall Skripal. Bei Anne Will ging es um die, äh, Skripal... Bei Anne Will ging es um die, äh, Skripal... Bei Anne Will ging es um die, äh, Skripal... Ähm, ähm, dass... Jetzt muss ich mal gucken, dass es keine Beweise gäbe gegen Russland, äh, dass die an dieser Vergiftung von Skripal beteiligt waren. Und, ähm, im Faktencheck wurde das bestätigt. Es gibt also keine Beweise, dass Russland hinter die Vergiftung, äh, der Bayern Skripal stecken könnte. Sogar das Militärlabor vor Dauern konnte nicht feststellen, woher das verwendete Gift stammen. Und der BND-Chef, äh, Gerd Schiller hält die Belege, die der Bundesregierung vorliegen, für nicht so robust. Laut Medienberichten waren zahlreich westliche Länder schon seit vielen Jahren im Besitz kleiner Proben des Kampfstoffes. Und somit zählt eine Vielzahl von Geheimdiensten auch zu den möglichen Tätern. Damit ist also diese Vorverurteilung, die da getroffen wurde, äh, völlig irrelevant. So. Ich wollte noch mal ein bisschen was sagen zu... Ja, ich habe ja vorhin gesprochen von den Völkerrechtsverbrechen von Deutschland. Ja, von Deutschland, dass eben unauffällig scheinbar keine Völkerrechtsverbrechen, aber es, äh, es, äh, begeht eben doch Völkerrechtsverbrechen. Und, äh, das ist eben, sie tut es nur unauffällig, sie tut es freundlicher, aber, ja, und sie stellen sich dann über Russland, dabei sind sie moralisch bei Weitem nicht über Russland. Also von daher ist das eine ziemliche Katastrophe. Aber, äh, ich will noch mal auf andere Völkerrechtsverbrechen einigen, von Trump zum Beispiel. Trump ist natürlich allgemein bekannt, hallo Angela. Ja, Trump ist allgemein bekannt für seine Völkerrechtsverbrechen, äh, für seine Schwanereien. Äh, er hatte jetzt gerade das, äh, Paris-Abkommen, äh, die Klimageschichte hat er gekündigt, ähm, er hat das Iran-Abkommen gekündigt. Das Iran-Abkommen, das eine schwierige Sache war. Man hat die Iraner davon abhalten wollen, äh, eine Atomwaffen zu entwickeln. Und, äh, hat das auch geschafft, äh, zumindest, äh, ja, wie jetzt gestern in der Zeitung stand, oder vorgestern, äh, bei einem Artikel von einem Israeli oder einem jüdischen Journalisten, glaube ich, der sagte, äh, sie, sie fürchten eigentlich, dass Iran sich dran hält und nicht, dass Iran das Völkerrechtsverbrechen, äh, das, äh, wenn, in 10 bis 20 Jahren hätten sie dann die Atomwaffe. Ja, man, in 10 bis 20 Jahren, wir haben jetzt in gerade einen Deutsch-, einen UN-Beschluss, dass wir alle Atomwaffen abschaffen wollen, dass die Atomwaffen verboten werden sollen. Das hat ein Mehrheits-, ein Mehrheitsbeschluss, zwei Drittel Mehrheit in der UN beschlossen. Also von daher ist das eine, 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 das ist eine Riesenchance. Und da müssen wir jetzt drauf, auf diesen Zug. Und wir dürfen uns als Deutsche da nicht raushalten, sondern wir müssen sagen, jawohl, das ist eine richtige Sache, das ist eine gute Sache. Das heißt, man muss in diesen Weg gehen und dann kann man natürlich auch die kleinen Länder, die Angst haben, die sich sagen, wir brauchen Atomwaffen, so wie Nordkorea. Wir brauchen Atomwaffen, damit wir nicht überfallen werden, damit wir nicht wie Libyen, ähm, niedergemacht werden und dann, äh, unsere Präsidenten ermordet werden. Ja, deswegen brauchen wir, äh, das, äh, also okay, das ist eine Geschichte, die, äh, ich mit Trump sozusagen, ach gucke mal, Mutterschieb, hallo. Äh, ja, also der, äh, achso, du kannst auch, aber kannst du ja ein bisschen abwärmen, noch ein bisschen aufwärmen. Okay, okay, gut, ähm, ja, gut, ähm, und, äh, dann die andere aber jetzt, Netanjahu ist natürlich auch ein Beispiel, Netanjahu hat Atomwaffen, äh, 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 illegal sozusagen, hat, äh, hat die Atomwaffen, es sagt nicht, dass es Atomwaffen hat, aber es ist bekannt, dass es sie hat, 200 bis 300 Atomwaffen von U-Booten aus können, die mit Marschflugkörpern in die Ziele gelenkt werden, das ist natürlich, das ist auch ein Riesending. Andererseits mordet gerade, äh, Netanjahu oder die israelische Regierung eifrig, äh, Palästinenser, die einfach an einen Zaun gehen, die an den Gaza-Zaun gehen und sich beschweren darüber, dass dieser Gaza-Zaun existiert. Und sie erschießen sie nicht etwa, wenn sie über den Zaun drüber klettern, sondern sie erschießen sie auch tausend Meter weiter im Land. Und das ist ja ein winziges Land, dieses Gaza. Also von daher, dass jetzt gerade letzte Woche hatten sie ja gerade eine junge, äh, äh, junge Dame ermordet, die sich um einen, um einen alteren, älteren Herrn gekümmert hatte. Dabei traf sie dann einen Schuss und sie starb. Äh, also das sind eine hübsche junge Frau. Also von daher ist das eine Riesenkatastrophe. Jetzt sind 129 Leute, glaube ich, schon ermordet worden an dieser Grenze. Und Deutschland hält sich da zwar ein bisschen zurück, aber es verurteilt das nicht offensichtlich. Es verurteilt das nicht. Das ist eben, das ist diese Doppelstandards, ja. Bei den Russen würde sowas ein wahnsinniges Geschrei hervorrufen, aber bei den Israelis, da ist das plötzlich ganz akzeptabel. Also von daher, ja, und, ja, und Erdogan ist natürlich auch so einer, der halt gerne das Völkerrecht spricht, der macht es mit Syrien, indem er das attackiert, gell. Aber, äh, und er will natürlich auch, er hat große Pläne, also die AKP, äh, gibt wilde Pläne, dass wir sozusagen Teile von Russland kassieren wollen und, und, und. Also, äh, habe ich da wilde Sachen gehört. Also von daher, das sind alles sehr unfriedliche Sachen. Und wir brauchen eben eine Friedens, äh, Gruppe, wir brauchen eine Friedenslogik, wir brauchen eine, eine Logik, wir müssen, die Diplomaten müssen alle in Friedenslogik ausgebildet werden und nicht in Sicherheitslogik. Müssen Sie mal bei Margret Birkenbach sozusagen in die Schule gehen, ja, das wäre da eine gute Sache. Okay, das war erstmal meine heiligen Worte. Ja, sehr schön, gut, mal wieder. Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mein Name ist Brigitte Konstein-Gölde. Heute haben wir kein Hiroshima-Wetter, sonst habe ich ja immer mal eine Hiroshima-Rede im Kopf, heute mal nicht. Ich habe hier jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde Flyer verteilt. Das ist bei diesem Wetter richtig Arbeit. Und ich spreche jeden an und sage, möchten Sie eine Information für den Frieden. Und ich bin ganz erstaunt, wie viele Menschen Nein sagen. Es geht hier nur um Frieden und keine Partei, um gar nichts, nur um Frieden. Und viele sagen Nein. Und heute Morgen habe ich eine Sendung im Radio gehört, ich weiß gar nicht, was das war. Jedenfalls ging es natürlich um Einzelpersonen und erstmal um Dankbarkeit. Und ich gehöre einer Organisation an, da schreiben wir eine Dankbarkeitsliste. Als ich die bekam vor vielen Jahren, habe ich gedacht, was soll ich damit. Mir ging es ganz schlecht, ich war arbeitslos, schwer krank, hatte ganz wenig Geld und von mir wurde verlangt, ich sollte mich bedanken. Na, ich sage Ihnen, da hätte ich sonst was gemacht. Aber es waren zwei Dinge vorgegeben, nämlich zu bedanken für warmes Wasser und dafür, dass die Heizung warm ist. Per Knopfdrehen fand ich erst abartig, aber dann fiel mir meine Kindheit ein. Ich bin auf dem Lande groß geworden und da gab es nur Pumpsklo und Öfen und eiskaltes Wasser. Ja, da waren die Wasserleutungen noch an den Außenwänden, so war das. Ja, und inzwischen drehe ich nur den Hahn auf und da kommt heißes Wasser raus. Da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verbrühe. Und wenn ich abends nach Hause komme und es ist kalt, dann drehe ich auch nur am Rad. Und dann fehlen mir ganz viele andere Dinge ein, für die ich mich bedanken kann. Nämlich, dass ich Arme und Hände habe, die ich bewegen kann, Füße, mit denen ich gehen kann, einen Mund zum Sprechen, Augen, mit denen ich sehen kann, nicht hören. Das ist für uns alles selbstverständlich und es ist nicht selbstverständlich. Und das ist das, ich will darauf hinaus, dass wir jeder bei uns selber anfangen müssen, uns zu bedanken und mit uns selber Frieden schließen. Da bin ich gerade dabei, mit mir selber Frieden zu schließen. Ich bin nämlich der größte Kritiker und heute stehe ich hier mit geliehenem Hut. Ich habe keine Ahnung, wie ich aussiehe, ist auch egal. Hauptsache die Sonne ist nicht so oft mit Gott. So, das ist es, jeder bei sich. Und das wurde heute auch in dieser Radiosendung gesagt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, irgendwie NDR. Wir müssen lernen, oder Helmut Kies hat es gesagt oder geschrieben in einem seiner Grundschreiben, wir müssen anfangen, menschlich zu denken. Und hier ist heute ganz viel von Atombomben geredet worden, habe ich so mit einem Ohr mitgekriegt. Wer wie viele hat und was weiß ich, eigentlich ist das egal. Nur eins sollte uns klar sein. Wenn Atombomben hergestellt werden, dann nicht, um da irgendwo im Keller zu vergammeln, sondern weil man sie auch einsetzen will. Weil die Dinger kosten viel Geld und dann muss es verbraucht werden. So wie wir ja hier auch immer zum Konsum angeregt werden, weil sonst die Wirtschaft nicht floriert wird und es jedenfalls erzählt. Bei mir ist das ein bisschen anders. Mein T-Shirt ist uralt, ich weiß gleich mehr Gründe sehr und die Hose habe ich für 1,50 Euro im Werkhaus gekriegt. So sieht das aus. Darf keinem erzählen, dass ich Schneidermeisterin bin. So. Aber das erwähne ich, weil da das hiesige Staatstheater, der Chefchoreograf Gregor Zöllig etwas für die Laien, für die Menschenschaft. Und das kostet viel Geld. Und da ist ganz wenig Geld vorhanden. Aber für Atombomben, da haben wir es. So, das kann ich übrigens, ist am 26. und 27. haben wir Aufführung im Großen Haus. Erstmal ist es für uns schön, dass Zuschauer da sind und für Leute, die Interesse haben, die können schon mal sehen, wie es geht. Und es macht ganz viel Spaß zu gucken, was da alles dranhängt an so einem Theater. Das denkt man gar nicht. Wir sind da hinten am Hiroshima-Ufer. Das ist ja das Ufer, an dem wir jedes Jahr an den Hiroshima-Tag gedenken und 100 Kerzen auf der Ufer haben. Dort ist die Theaterwerkstatt und auch der Tanzsaal. Werde ich jedes Mal, wenn ich da hinfahre, daran erinnert. Auch da im August ist wieder so weit. Da stehst du ja unten an der Ufer und liest vor. Ja, wer also Interesse hat, sowas mal mitzumachen, der sollte sich hier an das Staatstheater wenden, an Julia Hohner. Finden Sie im Internet. Und es macht so viel Spaß, die Tänzer zu kennen. Und auch wenn ich mir Tanzstücke ankomme und ah, das ist die und das ist der und warum sind die nicht da? Ah ja, die sind krank und das ist ganz toll. Und ja, ich darf nichts verraten, aber ich darf so viel sagen, dieses Projekt geht von 8 bis 80. Und am Donnerstag haben wir zusammen mit den Kindern getanzt. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen. Ich selbst habe keine Kinder, bin ich innerhalb von wenigen Sekunden zur Mutter geworden oder zur Großmutter. Und auch mit Kindern aus anderen Kulturen, das finde ich ganz wichtig. Diese Projekte verbinden die Menschen und das ist wichtig. Da reden wir nicht über Atombomben, muss man ja auch nicht immer. Wir müssen wissen, die gibt es und wir müssen wissen, die wollen wir nicht. Das müssen wir verhindern. Und jeder möge bei sich selbst anfangen. Und ich auch immer wieder, jeden Tag. Ja, das war es. Dankeschön, wenn es jetzt nur so Nachfolger, eine Nachfolgerin gibt. Man fühlt sich von unseren Parteien nicht mehr wirklich repräsentiert. Wir wollen im Großen und Ganzen doch Frieden. Und wir müssen erleben, dass unsere Regierung doch auf einen Krieg oder zumindest die Vorbereitung eines Krieges hinzuarbeiten scheint. Erhöhung der Rüstungsausgaben und so weiter. Man kann das an verschiedenen Beispielen sehen. Sagen wir mal, man war in den 90er Jahren für den Frieden, wählte die Grünen. Was passierte? Deutschland griff die Bundesrepublik Jugoslawien an und überzog sie mit einem völkerrechtswidrigen Krieg. Oder man ist für Soziales, wählte die SPD. Was passierte? Deutschland eröffnete den größten Niedriglohnsektor Europas. Irgendwas läuft da falsch. Es gibt eine Möglichkeit, die mir jetzt aufgefallen ist, die man sich als Einzelner ein bisschen in die Entscheidung einbringen kann. Das ist eine App auf der Seite www.democracy-deutschland.de In dieser App kann man die anstehenden Entscheidungen des Bundestages lesen, die Drucksachen des Bundestages. Und man kann eine, natürlich nicht verbindliche, eine Abstimmung machen. Und man sieht da, was die Community abgestimmt hat. Da beteiligen sich im Moment so höchstens 500 Leute dran. Und da sieht man also Einmarsch in Syrien, verurteilen. Das sind so 90 Prozent dafür. Ich bin mal gespannt, wenn die Abstimmung im Bundestag stattgefunden hat, wie es dann aussieht. Wahrscheinlich ganz anders. Wahrscheinlich entspricht die Meinung des Bundestages nicht der Meinung der Bevölkerung. Und solange da 600 Menschen abstimmen, ist das natürlich nicht relevant. Aber wenn an der App erstmal 20 Millionen teilnehmen, dann wäre es vielleicht doch interessant, wenn die völlig anderer Meinung sind als unser Bundestag. Ich würde also empfehlen, sich das mal anzugucken. Die Bundesregierung plant, die Rüstungsausgaben nahezu zu verdoppeln. Auf zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung, so wurde es in der NATO vereinbart. Zwei Prozent, das sind mindestens weitere 30 Millionen Euro, die im zivilen Bereich fehlen. So bei Schulen, Kitas, sozialem Wohnungsbau, Krankenhäusern, öffentlichem Nahverkehr, kommunaler Infrastruktur, Alterssicherung und ökologischem Umbau, in der Klimagerechtigkeit und internationaler Hilfe zur Selbsthilfe. Auch sicherheitspolitisch bringt eine Debatte nichts, die zusätzlich Unsummen für die militärische Aufrüstung fördert. Stattdessen brauchen wir mehr Mittel für Konfliktprävention als Hauptziel der Außen- und Entwicklungspolitik. Und damit wollen wir anfangen. Militärische Aufrüstung stoppen, Spannungen abbauen und gegenseitiges Vertrauen aufbauen, Perspektiven für Entwicklung und soziale Sicherheit schaffen, Entspannungspolitik auch mit Russland verhandeln und abrüsten. Diese Einsichten werden wir überall in unserer Gesellschaft verbreiten. Das muss unser Beitrag sein, um einen neuen Kaltenkrieg abzuwenden. Also, keine Erhöhung der Rüstungsausgaben. Militär löst keine Probleme. Schluss damit. Eine andere Politik muss her. Abrüsten ist das Gebot der Stunde. Dafür sammle ich Unterschriften und danke Ihnen, wenn Sie unterschreiben. Ich will nochmal vielleicht den Punkt Sicherheitslogik, Friedenslogik ein bisschen ausbauen. Die Sicherheitslogik ist sozusagen die Logik, die unser Staat im Moment fährt. Er möchte sicher sein vor Angriffen. Er möchte sicher sein gegenüber anderen. Achso, gucke mal. Ich habe dich wieder vergessen, Mutterschi. Du musst gleich reden. Gleich als nächster. Dann kannst du noch was für Pakistan erzählen. Okay, also jedenfalls, Sicherheitslogik ist eben etwas, wo man vorsichtig, wo man skeptisch gegenüber den anderen ist. Aber Frieden braucht Risiko. Frieden braucht Bewegung. Sicherheitslogik führt auf die Dauer sicher in den Tod. Denn Deutschland ist dann, die Welt, die Waffenlogik ist inzwischen so weit, dass eben die Menschheit sich imstande ist, sich selber zu vernichten. Und von daher wird sie sich vernichten, wenn sie dieser Logik folgt. Denn man versucht dann immer stärker zu sein als der Nächste, als der Andere. Dann verausgabt man sich. Dann hat man das Gefühl, der Andere wird möglicherweise stärker. Weil er jetzt irgendwie wirtschaftlich, jetzt kommt die Wirtschaft, China zum Beispiel, entwickelt sich im Moment gerade an den USA vorbei. Und von daher hat die USA das Gefühl, sie müssen jetzt noch schnell Krieg führen, solange China noch nicht so stark ist und so weiter. Also von daher, das sind alles kranke Überlegungen. Man muss Friedenslogik machen. Man muss mit vielen Gedanken dran gehen. Man muss eben auch mit dem Gedanken der gemeinsamen Sicherheit von Willy Brandt rangehen. Dass man halt sagt, wir müssen die Sicherheitsinteressen des anderen immer mit berücksichtigen. Und wir müssen also auch darauf eingehen, wenn die Russen sagen, also bitte nicht bis an unsere Grenzen, dann muss man das halt einhalten, dass man das nicht bis an unsere Grenzen geht und so weiter. Also von daher, das sind einfach Dinge, die erforderlich sind. Man sollte eigentlich, nach meiner Ansicht, sollte man sowieso die UN als einzige Macht haben, die sozusagen eine gewisse Eingriffsmöglichkeit hat und die sozusagen aber auch dann nicht eine zentrale Armee hat, sondern lauter Truppen, die von außen her zusammengestellt sind, die also hunderte von Truppen sozusagen, von hunderten von Nationalitäten und dann, ja, die sozusagen als einzige bewaffnete macht. Also das wäre meine Idee, wie das funktionieren könnte. Dann können die ganzen Nationalstaaten abrüsten. Das wäre wunderbar. Dann hätte man viel, viel weniger Ausgaben. Okay, also das ist meine Idee zu Friedenslogik und Sicherheitslogik. Also ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir hier den Informationsstand der Bürgerinitiative Baumschutz haben. Es geht darum, dass die Jasperle abgehäust werden soll. Es geht darum, eine Rekonstruktion herzöglicher Art dort herzustellen. Nicht, weil die Bäume so kaputt sind, dass sie umfallen würden. Nein, es soll eine Gestaltung nach monarchistischer Art, nach dem Wilhelminischen Ring, Wilhelminisches Ambiente runter, den ganzen Steinweg, die ganze sogenannte Sichtachse bis zum Franzischen Feld. Und da stören einigen Leuten in der Stadt, ja, Name, wenn sie das wissen will, ein Name, der mit B anfängt und mit K aufhört, der hier die Gestaltungshoheit hat über die Stadt und die Stadtverwaltung, macht das so, wie man möchte. Sie kennen hier die Christentumssäule am westlichen Ende des Steinwegs und Sie haben hinten dann über das Theater die Jasperle. Und dort sollen die Bäume, 87 Bäume jetzt gefällt werden. Wenn wir nicht aufpassen, und da kümmert sich jetzt hier mit einer Internetpetition, aber auch mit einer Unterschriftenliste hier vor Ort, die BI-Baumschutzgruppe. Sie können hier ihre Meinung äußern. Es muss im Rat klar sein, dass die Bürgerinnen und Bürger damit nicht einverstanden sind und dass sie sich hier auch einmischen. Es geht auch die Leute, die da wohnen, etwas an, was dort passiert. Und uns alle, dass hier nicht nach kruden Geschichtsvorstellungen hier die Stadt umgestaltet wird, nach sogenannten Sichtachsen. So, als nächstes kommt übrigens die Münzstraße dran. Da sollen die großen Platanen fallen vorm Dom. Warum? Sie sind nicht kaputt. Sie stehen in die falsche Sichtrichtung. Sie stehen in Richtung Nord-Süd. Sie sollen aber stehen in Richtung Ost-West, meint der Stadtplaner Herr Ackers zusammen mit seinem Auftraggeber Herrn Borek. Und das steht auf dem Listenplatz 10 der Prioritäten, der Prioritätenliste von den beiden, die hier heimlich die Stadt gestalten und das aber auch alles dürfen. Die Verwaltung macht das alles so mit. Also hier der Stand der BI-Baumschutz. Und auf dem Platz sehen Sie nicht zu vergessen auch die BI-Süd-West, die sich um das interkommunale Gewerbegebiet kümmert, wo der beste Boden, in größter Ordnung 360 Hektar, droht verloren zu gehen und dort versiegelt zu werden. Also, kommen Sie, informieren Sie sich. Sie haben vielfältige Möglichkeiten bürgerschaftlicher Art heute. So, jetzt weiter hier zum Krieg und Frieden. Wer möchte noch den Frieden retten? Also, ich will noch mal kurz fragen, ob noch irgendjemand was sagen möchte. Irgendjemand zum Thema noch was sagen möchte. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Gut, dann schließe ich sozusagen für heute die Kundgebung gegen den Krieg. Und wir treffen uns wieder nächsten Samstag um 11 Uhr wieder an dieser Stelle. Und naja, und dann hoffentlich wieder in alter Kraft und alter Frische. Okay, danke, tschüss.